This year, by Revelations 2. Heiliger Wimper! Ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt. Sie aktiviert das Virus. Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind wie Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Grigor. Nicht schuld. Lea, das Mädchen ist weg. Neura wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt da vorne. Oh, ich habe auf dich gewartet. Stopp! Na, das nenn ich mal ordentliches Einparken. Ich und Moira wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Zwei Whiskers. Episode 3 Das Urteil. Und damit willkommen zurück bei Resident Evil. Revelations 2 Geständnis und Lüge sind das gleiche. Um gestehen zu können, lügt man. Claire, was gefunden? Nein. Keine Spur von ihr. Was ist wohl passiert? Moira! Schau! Hier ist eine Nachricht. Da steht, geht zur Fabrik. Und auf einer Skala von Schwachsinn so glaubhaft? Sie ist von Nil. Sie ist echt. Gehen sie zur Fabrik. So, erstmal werde ich schauen, wie es mit der Munition aussieht. Die hier können wir direkt mal nachladen. Und die hier auch, damit wir schon mal gut ausgerüstet sind. So, mit Moira und Claire kommen wir jetzt anscheinend nicht in den Turm. Sondern sollen zur Fabrik gehen. Okay. Ich werde mal eben zur Moira wechseln und mich hier ein bisschen umschauen. Eventuell können wir ja noch das eine oder andere finden. Ich gehe auch nochmal zurück dort hinten hin. Da, wo wir ursprünglich hergekommen sind. Wer weiß, vielleicht liegt da jetzt noch was, denn ich kann tatsächlich alles gebrauchen. Das können sie nicht zerstören. Ich glaube, es sieht schlecht aus, ne? Es sieht echt schlecht aus. Gut, wie ist es denn eigentlich mit Kräutern? Wir haben dreimal Desinfektionsmittel und Verbandmittel. Okay, davon können wir eins übergeben, zwei übergeben, würde ich mal sagen. Ich glaube, das reicht. Dann geht es jetzt also mit der tollen Moira hier weiter. Freue ich mich ja sehr. Natalia ist ja eine viel bessere Begleitung. Okay, gut. Hier kommen doch gleich bestimmt wieder Schweinchen. Sie kann das mit dem Brecheisen nicht, aber sie kann es mit dem Messer auch nicht. Okay. Nichts drin. Also, äh, Claire, warum würde der Boss hierher kommen? Weiß nicht. Neil hat seinen eigenen Kopf. Okay. Ach, das ist hier nur der Wind, ne? Der so rauscht und an den Ketten rappelt. Dann bin ich ja erstmal... Dann bin ich ja erstmal... Ich wollte grad sagen, da bin ich ja erstmal beruhigt. Na, super. Da ist schon mal Munition. Das wird doch hier gleich wieder ein kleines Spektakel geben, oder? Erweiterungstasche für Moira. Ja, wunderbar. Dann kann sie mal ein bisschen mehr mitnehmen. So, solange hier noch keine Gegner sind, kann ich auch nochmal mit ihr weiterschauen. Vor allem auch immer schön in die Ecken. Schrot finden, Muni. Oh ja, hier ist nämlich was. Pistol, Muni. Jawoll. Oh, hier nichts mehr. Okay, ich werde das jetzt aber definitiv zu Claire rübergeben. Was ist denn das hier? Ach, nochmal Schrotflinten, Muni. Okay, einfach aus dem Grund, weil sie das hier anscheinend immer nur im Kampf macht und das ist ein bisschen blöd. Die hier auch nochmal. Achso, die hat ja, ah, die hat ja nur zwei Schuss. Stimmt. Maschinenpistole. Könnten wir mal versuchen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und können uns bei dem, was hier gleich kommt, anschleichen. Das wäre natürlich auch super. Ja. Ja. Ja, ja. Das sieht sogar so aus, als könnte hier was Großes kommen. Oh oh. Ich hab grad echt Schiss. Oh oh. Was ist das denn? Schloss. Okay, schön, dass das Schloss steht. Oh oh, da hängt ein Ausweis dran. Wenn ich den nehme, geht's wahrscheinlich los, ne? Oh oh. Sehr schön. Wo ist Neil? Wenn ihr ihn wiedersehen wollt, müsst ihr dem Schafott der Götter trotzen. Finden sie Neil. Wir müssen uns beeilen. Neil braucht mich. Er braucht mich. Okay. Suchen wir drinnen. Gut, ich hatte jetzt schon die Befürchtung, dass hier draußen direkt was kommt, aber anscheinend in den Hallen. Gut, dann können wir ja hier nochmal nachschauen, was wir hier so finden. Warum wird mir jetzt plötzlich die Tastatursteuerung angezeigt? Bitte lass es noch mehr Munition sein. Maschinenpistolen, Munitionshalter. Okay. Alkohol. Was ist das hier? Ein Retina-Scanner? In einer Fabrik? Verdammt nochmal! Das Ding lässt uns nicht durch. Was bedeutet, wir brauchen den Augapfel von jemandem. Hurra! Hey, Hurra! Sehr schön. Ja, ich gehe jetzt hier wirklich mal jede Ecke ab. Versuche es zumindest. Denn ihr habt mir ja schon geschrieben, dass ich teilweise wirklich viel übersehe. Aber ich glaube, das war es jetzt hier, oder? Ich leuchte zumindest so gut es geht in die Ecken. Okay, gut. So, dann übergeben wir nochmal... Ach, den Munitionshalter muss man gar nicht übergeben. Das geht so. Wir übergeben die Flasche. Weil ich ja so die Befürchtung habe, dass die Meura das nicht so wirklich nutzt. Und kombinieren das mit dem. Gut. Also wir haben eine explosive Flasche. Das ist wunderbar. Und sie hat eine Brandflasche. Die übergeben wir auch mal. Das ist mir mit der Meura alles ein bisschen zu unsicher. Oder... Nachher wirft die die in blöden Momenten. Oder ich lauf rein. Oder sie wirft sie gar nicht. Womöglich. Ja, solange hier keine Unsichtbaren kommen, geht's ja. Die mag ich ja nun gar nicht. Werkbank, haben wir überhaupt was? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gut, hat sich das erledigt. Was rechnet? Hier kommt ein Speicherpunkt. Was ist das? Oh. Ich höre hier doch schon was. Wo zur Hölle sind wir? Okay. Ist das eine... Bitte was? Verarbeitungsanlage, Schlüssel. Da liegen nämlich überall Fleischstücke. Hier drin. Dich hab ich nicht gesehen, Kollege. Aber du hast uns gesehen, ne? Ja, ich renn hin. Ich hoffe es klappt noch. Jawoll. Sehr schön. Stirb! Du brauchst nicht nochmal aufstehen. Du brauchst nicht nochmal aufstehen, hab ich gesagt. Wow. Der hält aber jetzt mal ordentlich was aus. Mann, Mann, Mann. Vielleicht sollte ich doch erst die Pistole nehmen. So. Moira. Kannst du ein bisschen leuchten? Ah! Was? Wie? Ach so. Nicht zu nah dran. Nicht zu nah dran. Nicht zu nah dran. Sehr gut. Passiert das jetzt mit all denen? Werden die jetzt hier alle immer explodieren? Ah! Oh Gott. Pistolen, Muni. Ja, nennen wir es Fleischfabrik. Ich glaube, das trifft ganz gut. Stinkende Chemikalie ist auch sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir können den rechten Weg da hinten einschlagen über die Treppe oder da lang gehen. Ich versuche erstmal hier rein. Da ist noch eine Flasche. Dann kombinieren wir die direkt mit dem Alkohol. Sehr schön. Zwei Brandflaschen. Warum steht denn da A? Ach so, das ist Verarbeitungsanlage Schlüssel. Gut. Und hier wird auch ein Kampf oder so stattfinden, bin ich mir fast sicher, aufgrund der Gasflaschen. Ich weiß nicht, ob es Gas ist, aber hier geht es auch noch hoch. A, B. Okay. Ach, das sind Toiletten hier. Oh, nö. Ich höre da doch genau was. Da ist Stoff. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Moira? Nope. Hier ist nichts. Auch nicht im Waschbecken. Nee, schade. Gut. Dann nehmen wir die große Treppe. Ah, Retina-Scan. Gut. Ach, da sitzt jemand. Hallöchen. Das freut mich ja. Eine Karte wäre auch super, ne? Eine Karte wäre auch super, ne? Da geht es noch weiter nach oben. Oh ja, hier kommt definitiv ein Kampf über mehrere Etagen. Dann... Hat uns da schon jemand gesehen? Von der anderen Seite verschlossen? Ja, klar. Normale Fabrik wäre ja auch langweilig. Oh, die geht... Nein! Nein! Die geht... Lea? Schau, die Decke! Okay, Rätsel, bei dem wir keinen Fehler machen dürfen. Moment, Moment. Also, wir haben hier einen Schlüssel. Ein künstliches Auge. Okay. Gut, wir werden sterben. Können wir das irgendwie abschießen, so wie es in Resident Evil 4 der Fall war? Sieh mal da! Wir haben einen Schlüssel im Schnabel. Ah! Wir müssen ihn mitbekommen. Okay. Ah, okay, okay. Verarbeitungsanlage. Huch! Ah! Ah, kapiert! Ja, ja, okay. Ich dachte jetzt, ich muss wirklich meinen Tod akzeptieren. Okay. Okay. Verstanden. Ja, so. Schnappen wir uns das Auge. Ja. Oh, die Decke! Mhm. Na komm schon. Wui! Sehr schön. Jetzt bitte raus hier. So. Wir haben den Schlüssel. Es kommt noch ein Speicherpunkt. Oh, die Musik ist auch... Ah! Musik ist auch an. Oh, da ist noch einer drin. Dann schnell weg. Oh, es kommt aber noch einer von da. Mist. Und noch einer da hinten. Zwei noch. Zwei noch. Ich glaube, ich sollte mich nicht hinhocken. Oha! Weg, 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 weg. Das ist explodiert. Sehr gut. Das ist explodiert. So, jetzt nur noch der Dicke hier da. Ah, Mist! Der war doch noch geblendet. Dankeschön. Dankeschön. Der war noch geblendet. Hab ich genau gesehen. In den Hintern. Vor allem auf die Entfernung. Ich müsste ein Stückchen näher ran noch. Genau. Blende ihn mal. Jetzt. Ja! Dankeschön. Bist du tot? Ah! Nein. Natürlich nicht. Ja, Moira. Brech als Action. Bist du jetzt tot? Ja. Ich glaube schon. Können wir wieder zur Pistole wechseln und erstmal hier rein. Pistole Muni! Yay! Irgendwo ist hier doch bestimmt einer drin, oder? Kann ich mir vorstellen, dass er sich da drin versteckt. Nein! Okay. So, und was sollen wir jetzt hier? Ist hier irgendwas von Interesse? Ja, hier war was. Moment. Ach ne, das war vielleicht nur das Rüberspringen. Das Telefon. Das Telefon können wir auch nicht. Gut. Moira einmal suchen lassen. Ich meine, man sieht das ja mit Claire auch, aber... Mit Moira dann doch ein bisschen besser. Hier nämlich. Oder? Ja! Schienenpistole! Supi! Kommt direkt mal wieder rüber. Nette Musik, muss man ja sagen. Jetzt geht's hier noch... Achso! Boah! Wo kommt denn jetzt die Musik her? Wo kommt denn jetzt die Musik her? Hä? Achtung! Hey! Weg! Platz jetzt! Moira! Geh da weg! Blöde Kuh! Ah! Jetzt kommen wir hier unten raus und haben die Tür schon mal geöffnet. Der sieht mich. Da brauche ich mich gar nicht anschleichen. Na komm her! Ja! War ein bisschen... schon drauf geschossen. Das war's. Oha! Der hat mich noch nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Moira? Ja, ich bin zu spät. Leider. Wow! Schön anschnitzen. Okay, dann öffnen wir doch jetzt mal die große Tür. Und schauen, was uns dort erwartet. Oh! Dunkelheit? Wow! Das ist mächtig dunkel. Ich wechsle zum Moira. Das sieht grad noch nicht so aus, als wären hier Gegner. Speicherpunkt. So. Einmal grünes Kraut. Da gehen die Fußspuren lang. Hier stand gerade irgendwo... Ah! Ah, hier! Graffiti im Lichtraum im dunklen Verlaufen bringt doch etwas Licht in die Sache. Ah, Lost in the Dark. Ach, da steht das nur. Okay. Okay. Aber das ist ja mal gruselig. Ah! Oh, Moment. Moment. Oh, Sche... Ich glaube, wir sollten lieber nicht weitergehen. Ja. Keine plötzlichen Bewegungen. Schritt zurück. Noch mal scharf nachdenken. Genau. Dann würde ich gerne wieder hoch. So. Moment, Moment. Da lang, da lang. Ja, okay. Das muss ich ja gleich sowieso noch mal machen. Ich kann mir jetzt den Weg nicht merken. Also, da gehen... Und gehen denn die... Geht denn die Taschenlampe immer aus? Also, ich muss definitiv da runter, da hin. Dann ganz am Rand entlang. Dann wieder ein bisschen zur Mitte. Wow. Claire! Claire, bitte. Kommst du bitte nach oben? Das wäre sehr nett von dir. So, ich war doch gerade hier beim Weg einprägen. So, dann wieder zur Mitte. Dann komplett an den anderen Rand. Ne, Moment. Ich stelle mich noch mal da hin. Ich glaube, das muss ich von unten schauen. Ich gehe jetzt noch mal runter. Ich kann ja so erstmal den Fußspuren folgen. Das geht ja ganz gut. Und ich bin auch ein bisschen schneller, glaube ich, als die Laser. Da geht's lang. Hier verlaufen sie sich. Ah! Ah! Okay, ich bin jetzt auch gerade gerannt. Das war natürlich doof. Aber ich muss dann einfach ein Stückchen weiter nach links. Gut, das kriegen wir hin. Rote Eiterbollen auf dem Boden können sie mit Molros Taschenlampe. Ja, wenn das denn mal funktionieren würde. Wenn ich nicht immer wie blöd reinrenne. Achso, da unten ist jetzt noch mal das Kraut. So, nehmen wir das noch mal mit. Können wir hoffentlich auch gleich noch an Claire geben. Dann, äh... Ich glaube, wir sollten lieber nicht weitergehen. Doch, doch, meine ich. Ja, ganz ruhig. Ich meine, man kann ja anscheinend auf der Stelle stehen bleiben, oder? Zumindest kurz. Sich kurz zu orientieren. Ähm... 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 Ich sehe keine Fußboden mehr. Da sind wir. Ah... Okay. Okay. So, und jetzt geht's nämlich... So, und jetzt geht's nämlich... Wo weiter? Da... Nein. Nein. Okay. Ich glaube, ich hätte vielleicht einen Schritt zurück gehen müssen. Dann hätte das bestimmt funktioniert. So, dann noch mal das Ganze. Ich überlege gerade, ob es besser ist mit... Nee, eigentlich nicht. Ob es besser ist, mit Claire zu laufen. Da. Wo gehen die blöden Fußspuren dann weiter? Ah, oder ich darf da nicht weiter geradeaus gehen. Da verlaufen sie sich nämlich. Sondern muss nach oben links. Okay. Okay. So. So. Jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich sie immer verliere. Pass mal auf. Ich geh nochmal da hin. Sind aber noch nicht... Da. Da. Da muss ich hin. So. Und jetzt... Einen weiter. Und jetzt hier nach oben. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Dann geht es ja nur hier weiter. Und dann dort. Was? Jetzt sind wir mitten hier drin. Jetzt soll ich das Auge nehmen? Glasauge! Jawoll! Wui! Könnte nützlich sein. Das war nicht schlecht. Das hat mir jetzt gefallen. Nein. 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 Nein.